Thema 3 Berufswahl In meiner heutigen Präsentation möchte ich über eine Person sprechen, die einen starken Einfluss darauf hatte, dass ich mich dazu entschieden habe, Ernährungsberater zu werden. Diese Person ist meine Mutter, die mich auf vielfältige Weise inspiriert hat. Schon seit meiner Kindheit bin ich ein großer Fan von Essen und habe gerne viel Jungfood und Süßigkeiten gegessen. Eines Tages wurde ich sehr krank und sehr übergewichtig. Was ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachte. Meine Mutter brachte mich zu Yoga und Schwimmkursen, um mein Übergewicht zu reduzieren. Sie investierte viel Zeit in mich, zusätzlich zu ihren regulären Hausarbeiten. Alle unsere Familienfreunde sagten, dass ich nie wieder mein normales Gewicht erreichen würde, aber dank der harten Arbeit meiner Mutter dauerte es nicht lange, bis ich wieder fit war. Sie hat regelmäßig an vielen Online-Yoga und Gesundheitskursen teilgenommen, um mir zu helfen. Dies hat mich wirklich inspiriert und jetzt möchte ich Ernährungsberater werden. Meine Mutter hat mir immer die Bedeutung vermittelt, gesund zu sein, um unsere lebenslangen Ziele zu erreichen. Sie hat immer gesagt, Geld allein bringt keine Glückseligkeit, jemand kann Gesundheit nicht mit Geld kaufen. Man muss Zeit investieren, um gesund zu sein. Ich erinnere mich immer an ihre Worte. In dieser schnelllebigen Welt ist Stress zu einem integralen Bestandteil des Lebens geworden. Die Menschen konsumieren immer häufiger Fast Food, weil es einfach zu kaufen ist und weniger kostet als frisches Obst und Gemüse. Diese Gewohnheiten verursachen jedoch viele ernsthafte Gesundheitsprobleme. Deshalb möchte ich Ernährungsberater werden, um den Menschen zu helfen. Ich möchte nicht, dass andere ihr kostbares und wertvolles Leben damit verschwenden, Zeit in Krankenhäusern zu verbringen und viel Geld auszugeben. Meine Mutter war meine größte Inspiration und hat mich dazu motiviert, anderen Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben zu helfen.